Also zu einer Zeit, als wir hier in Europa noch wie Primaten uns die Läuse gegenseitig aus dem Fell gepickt haben, haben schon die alten Ägypter Monumente aufgebaut, die bis heute Fragen über Fragen offen lassen. Leider Fragen, auf die wir primär Lügen bekommen. Um diese Fragen endlich mal mit logischen Antworten zu füllen, begrüße ich den nächsten Gast, Dr. Dominik Görlitz. Ja, vielen Dank. In der Tat ist es so, dass die, Marx hat das so schön formuliert, die herrschende Geschichtsschreibung die Geschichtsschreibung der Herrschenden ist. Jetzt weiß man, so in dem Sinne Siegerschreibung Geschichte, dass das etwas ist, was in besonderer Weise natürlich immer für aktuelle Dinge betrifft und zutrifft. Es ist immer praktisch, wenn ein Krieg vorbei ist, dass dann erläutert wird und erklärt wird, warum ich den Irakkrieg gemacht habe, warum Pearl Harbor passierte, warum der Vietnam und so weiter und so weiter. Du bist in einem Feld tätig, das viele, viele Jahrhunderte, zum Teil Jahrtausende zurückliegt. Experte, experimentelle Archäologie. Vielleicht als Einstieg, was mir immer nie so ganz klar ist, warum ist denn auch dort Deutungshoheit so ungeheuer wichtig zu sagen, das hat im alten Ägypten so und so stattgefunden und nicht anders. Warum ist das vier, fünf, siebentausend Jahre später noch von einer solchen immensen Bedeutung, dass du gejagt wirst, als ob du etwas Schlimmes getan hast, hättest und Kritiken ausgesetzt bist und Reputation verlierst und sich mit den Ergebnissen deiner Forschung überhaupt nicht auseinandergesetzt wird. Was ist der Hintergrund einer solchen Wutaufdeutungshoheit in uralten Zeiten? Naja, ich denke, die Antwort ist jedem hier klar. Ich meine, wer die Geschichte beeinflusst, verändert, ich möchte gar nicht sagen, fälscht, da fälscht natürlich auch die Gegenwart und die Betrachtung der Zukunft. Du hast ja schon dieses Zitat. Ich denke, das ist uns jedem klar, wie wir hier sitzen. Und ich meine, das ist ja nun auch nicht mein Verdienst, sondern es gibt ja, und insofern muss man auch wirklich ein Stück weit jeden auch mitnehmen wollen. Und es geht nicht auszugrenzen, die anderen, die Archäologen, die wissen nicht, was sie tun. Ich denke durchaus, die wissen, was sie tun, weil es ist ja auch eine wichtige, faszinierende Aufgabe, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Und ich meine, wer die Geschichte nicht begreift, der wiederholt wieder und wieder seine eigene Geschichte. Dieses Zitat habe ich jetzt ein kleines bisschen verfremdet. Und das ist unser Problem. Geschichtsforschung ist in erster Linie Zukunftsforschung. Und wenn wir das morgen voraussagen wollen, müssen wir uns umdrehen, zurückschauen, unsere Spuren verfolgen, wo wir hergekommen sind, wo wir gerade stehen und wo es möglicherweise hinführen wird. Und das ist letzten Endes scheinbar akademisch gesehen doch irgendwo ein Problem, dass eben freie Bürgerforschung, Schittes und Seins oder freie Forschung, wie wir es hier gerne hören wollen, eben so unerlaubt ist in dem Bereich, wo wir eben, Stefan Erdmann und ich, eine rote Linie überschritten haben sollen, die es uns als denkenden Bürgern nicht erlaubt haben, Fragen zu stellen, die eben den heiligen Kral der Archäologie schlechthin, die Cheops-Pyramide von Gysi, betrifft. Ist es die Eitelkeit, also ich meine, das Politische, was du ansprichst, kann ich absolut nachvollziehen und wenn man da wirklich ganz in die Tiefe geht, ist es in der Tat so, dass natürlich die Fragen, warum hat sich das ein oder andere so abgespielt und nicht so, auch wenn es vor Tausenden von Jahren gewesen ist, Bedeutung für die Zukunft und für die Gegenwart hat. Also das holt uns immer wieder ein, die deutsche Geschichte ist eines der wunderschönsten Beispiele, gerade wenn du da auch nochmal in die germanische Geschichte reingehst, alles klar. Aber ist es vielleicht auch die Eitelkeit der Professoren, dass da zwei Quer, wobei du natürlich alles andere als ein Quereinsteiger, aber aus deren Sicht, Quereinsteiger, Stefan und du, euch dem absolut heiligen Kral genähert habt. Stefan hat das, ich weiß nicht, wie viel Mal, zig Mal in Ägypten gewesen ist, ohne dass es irgendjemand Theater gegeben hat. Und die Frage zu stellen, was waren jetzt die Pyramiden, Grabmäler, da hört man schon das schallende Lachen, aber gut, technische Bauwerke, Wasserwerke, was auch immer, was war da der Hintergrund, die ist doch legitim. Naja, ich sag mal, ich denke, bei dieser Keopspyramide kommen viele Dinge zum Tragen, die wir auch in anderen Rätselfänomenen der Geschichte haben, beispielsweise Rätselkarten aus dem frühen Mittelalter, die die Antarktis zeigen und andere Dinge, die es so nicht geben dürfte. Aber diese Pyramide ist eben ein Politikum schon seit Jahrtausenden. Ich meine, die Freimaurerei, Gott hab sie seelisch, was auch immer das bedeutet. Aber der Punkt geht letzten Endes dahingehend, du sagst von Eitelkeit von Professoren, ja, das sind ja natürlich auch Menschen. Ich meine, ich versuche mich immer, mein Gegenüber reinzuversetzen, klingt mir auch nicht immer so ein super Empath, bin ich dann auch nicht. Aber zumindest kann ich sagen, klar, wenn dann zwei junge Bürger kommen, die sagen, das Ding ist ganz anders und wir haben dafür sogar echte Befunde, also physikalische Beweise, dann ist das schon was, dass ich in die Sphäre eines Wissenschaftlers, eines Spezialistens eindringe, die eben herausfordernd ist und natürlich auch Lebenswerke infrage stellt. Aber ich denke, das Phänomen bei der Keopspyramide ist nicht nur Eitelkeit, sondern diese Pyramide steht für bestimmte Datierungssysteme, für bestimmte Zeiteinteilungen, für bestimmte Geschichtsstandards, und das wäre eben dann schon ein gewaltiger Paukenschlag, wenn wir eben zeigen müssen, dass bestimmte Metallzeitalter nicht mehr so stehen bleiben können, wie sie bisher über 100 Jahre postuliert wurden, wenn bestimmte Zeitsysteme, obwohl ich gar nicht mich reinhänge in die ganzen Datierungsansätze, wie all diese Pyramide aufgrund historischer Texte ist, weil da kann man ja hunderttausende Bücher studieren und weiß hinterher genauso viel wie vor dem Lesen dieser Bücher, das Beste, Sie lassen das, da werden Sie auch nicht schlauer. Aber entscheidend ist eben, die Pyramide ist eben schon das Symbol für Vergangenheit, Geschichte. Und für mich ist sie eben ein Mal, wenn ich über mich selber reden darf, ja, es gibt ja eigentlich nichts Dümmeres, als eine Pyramide zu bauen. Ich meine, Sie können kein Bier drin brauen, Sie können kein Getreide lagern, Sie können das, was will man mit so einem Ding? Naja, umso wichtiger ist es ja mal, dass die Wissenschaft der Frage nachgeht, was ist es denn gewesen, wozu war es denn, wurde es denn eingesetzt und gebraucht? Irgendwas werden sich die Leute da schon bei gedacht haben. Sie sind ja da, ich meine, das ist ja letzten Endes unser Dilemma. Ich meine, es wird viel von Außerirdischen geredet, aber es ist für mich immer so eine Lächerlichkeit. Wir wollen morgen, übermorgen zum Mars fliegen, was ich sehr begrüße, dass wir unseren Horizont erweitern, aber sind nicht mal in der Lage, konsistent, also stimmig zu erklären, wie vor 5000 Jahren eine frühbronzezeitliche Kultur den ersten Wolkenkratzer der Menschheit gebaut haben will. Ich finde das einfach zutiefst beschämend und traurig, dass wir es nicht geschafft haben, nach 200 Jahren Archäologiegeschichte in Deschiffrierungsschlüssel einzuführen, was ist eine diffusionistische, also homologe Reihe, bei Artefakten gibt es diese Mauerwerke auch in Peru, auf der Ostinsel ist das Homologie oder es hat sich das zufällig eben analog entwickelt. Was haben wir geleistet in diesem Punkt? So wenig. Und dann wollen wir morgen zum Mars fliegen, Explorer, also Curiosity, die Neugierde, die gerade da oben auf dem Marsmond rumfährt, als Planeten rumfährt, wir können doch nicht mal die einfachsten Dinge erklären hier auf der Erde. Und das ist eigentlich das Gefährliche, wo es eben dann wirklich in politische Dinge geht, mit denen ich eigentlich als Wissenschaftler gar nichts zu tun haben möchte. Die rote Linie, von der du gesprochen hast, als Stefan Erdmann und du, die ihr gemeinsam überschritten habt, war, dass ihr eines speziellen optischen Merkmal nachgehen wolltet, einer Verfärbung nachgehen wolltet und ganz normal, Stefan ist zigmal da gewesen, einen Antrag gestellt habt und habt dann dort die Reise hin unternommen und habt vor Ort geprüft, geprobt, gearbeitet und das war alles abgestimmt und alles völlig, ja, ich sag mal, unter dem Segen der Altertumsverwaltung in Kairo. Ja, wir haben ja schon viele Vorredner gehört, die eben durch ihre Tätigkeit Probleme mit der Justiz bekommen haben und da gibt es immer nie eine eindeutige Ja- oder Nein-Antwort. Also Stefan Erdmann hat als Privatforscher, ähnlich wie ich, ich habe auch schon privat in Ägypten geforscht, viele Jahre lang in der Pyramide gearbeitet, um zu zeigen, dass es mehr Hinweise dafür gibt, dass es ein technisches Bauwerk anstatt ein Grabmal war und hat eben 2006, 2007 neunmal Proben entnommen, hat das analysieren lassen und hat mich 2012 in Dresden in einer Arbora-Ausstellung gefragt, was stellst du dir vor, kannst du mir da helfen? Wo ich sagte, warte mal, du Privatperson, wie kommst du in die Pyramide rein und kannst da proben? Ich wollte dir das gar nicht glauben. Doch, ich habe das veröffentlicht, ich habe das in Filmbuchform. Er hat mir letzten Endes, das war auch mein Fehler, ich habe ihm das auch geglaubt, er hat mir das gezeigt, einen ganzen Stapel Genehmigung mit der Unterschrift von Havas, wo er drin war. Da komme ich ja nicht dazu dran zu zweifeln, er hat es ja gemacht, getan und das hat mich letzten Endes, da hat die Neugier entwickelt. Mein Gott, ich habe eigentlich geschworen, 2002 nach dem Ende von Arbora 2, was ich in Ägypten durchgeführt habe, nie wieder nach Ägypten zu fahren. Ich habe es meinen Eltern geschworen, ich habe es mir geschworen, ich habe es meiner Lebensgefährtin geschworen, aber das war so eine tolle Geschichte, wie er mir erzählte, dass auf diesen Deckenbalken gegenüberliegend zwei dunkle Flächen sind, die symmetrischen Farbe, symmetrischen Formen und symmetrischen Größe waren. Und Stefan hat nach dieser ersten optischen Entdeckung auch Ägyptologen gefragt, sowohl arabische Ägyptologen aus Kairo als auch Leute vom DAE, die ihm dann den Rat gesagt haben, Herr Erdmann, nutzen Sie Ihr Geld für was anderes, suchen Sie sich ein anderes Hobby, da ist nichts zu entdecken, lassen Sie das. Hatte er oder hattet ihr das Gefühl, das war das gezielte Ausreden oder das war so von oben herab? Oder die wussten, was er finden würde? Die Frage sage ich einfach mal mit einem Satz, das ist die Arroganz des gesicherten Wissens gewesen, das ist ein Spinner, der soll gehen, woher kommt. Und als ich das sah, war mir klar, ich habe so viele Jahre Schiffe transportiert und habe mich mit alten Kulturen beschäftigt, ohne dass ich in wirklichen Dingen ein Archäologiespezialist bin. Gut, ich habe mich mit prähistorischem Schiffbau sehr beschäftigt, mit Mumifikationstechniken, aber lange Rede, kurzer Sinn, mir war klar, es muss irgendwas Menschengemachtes sein, sonst wäre das nicht auf allen neuen Decksteinen der großen Königskammer so gewesen. Egal was es war, es musste einen menschengemachten Hintergrund haben und das war für mich der Auslöser, all meine Schwüre an meine Vorfahren über Bord zu werfen. Los komm, ich fahre noch einmal mit. Und wir waren ja der Meinung, es ist völlig unter dem Umbrella des Supreme Consulate of Antiquities. Aber es war ja auch so, ihr hattet ja Genehmigung. Naja, wir hatten eine Genehmigung, die war auf Arabisch und das war eigentlich, das möchte ich noch dazu sagen, entscheidend ist, ich habe gesagt, Stefan, ich habe mir am Anfang nicht so richtig geglaubt, was ist der, ich kannte ihn ja nicht, ich sage, du fährst dorthin vor mir, prüfst das, rufst mich an und machst das klar. Also ich will da nicht hin, ich hatte gerade meinen Doktortitel 2012, da habe ich zehn Jahre, zwölf Jahre für gekämpft, das Verfahren durchzuziehen, das Promotionsverfahren, wo ich also alle Spießrouten gelaufen bin, habe zweimal die Uni gewechselt, ich habe Druck aus Deutschland, aus Amerika bekommen, ich habe also über Kokain und Nikotin in ägyptischen Mumien promoviert. Kommen wir gleich noch drauf. Also bei einem Thema, was völlig out of order ist und... Promoviert, nicht probiert. Manche meinten, ich hätte es selber probiert, aber nein, das habe ich nicht. Aber entscheidend war, ich wusste, ich muss vorsichtig sein, ich wusste, ich bin unter Beobachtung von bestimmten akademischen Kreisen. Und ich sage, lieber Herr Erdmann, lieber Stefan, sei vorsichtig, ruiniere nicht mein Leben. Ich habe dafür wirklich lange gekämpft, um dort zu stehen, wo ich 2012 stand. Und er hat gesagt, nein Dominik, ich verschwöre dir das, ich fliege runter, keine Bestechung, kein Backschisch. Ich habe gesagt, Stefan, deswegen möchte ich alle Quittungen sehen. Ich möchte die ganzen E-Mails, möchte ich im CC sehen, was du kommunizierst. Ist irgendwas unlauter, steige ich aus, augenblicklich. Ich sagte, nein, kein Problem. Und Stefan ist vier Tage vorher hingeflogen, hat sich mit seinem Touroperator Fergani Alkumati getroffen. Der hat ihm dann letztens den Kontakt geschalten zu Ali Gaba Omar. Und das muss man einfach mal wissen. Ali Gaba Omar, also Gaba, war unser Guide. Den hat Stefan vier Tage vorher getroffen, zweimal. Der hat ihm am Computer alles erklärt, was, warum, womit. Und wir haben ihn vormittags nochmal getroffen. Da haben wir auch nochmal eine andere Höhle besichtigt, das war ganz interessant. Und er war eben unser Guide, also unser Inspektor, Ägyptologe, promovierender Ägyptologe in Kairo. Er ist der Operinspektor auf dem Gizi-Plateau, General Manager für Wissenschaft gewesen. Also nicht irgendwie ein Bedouin auf der Straße, den Stefan angesprochen hat. Und dieser Ali Gaba Omar, oder Gaba Ali Omar, hat Stefan, wie gesagt, getroffen. Er war in der Pyramide mit dabei. Und er hat mir, nachdem ich das erste Mal von der Decke wieder abgestiegen war, um die Proben zu holen, und der kam nochmal und hat mich gefragt, Dominik, was macht ihr hier? Ich sagte, Gaba, das weißt du, du bist genau eingewiesen. Wir wollen die chemische Natur dieser schwarzen Patina proben. Da guckt er mich an und sagt, okay, macht. Und in diesem Augenblick sind wir unschuldig, weil das konstituiert eine Genehmigung. Unabhängig, was auf dem Zettel in Arabisch drauf war. Ich konnte es nicht lesen. Wir gingen eben, da war, ich konnte nur sehen, es sind drei Deutsche eingeschrieben. Da waren unsere arabischen Passportnummern drauf und so weiter. Und es war eben die Uhrzeit drauf, das konnte ich lesen. Ansonsten konnte ich nichts lesen. Ich dachte einfach, das ist eben eine absolut stimmliche Genehmigung. Hinterher stellt sich zwar raus, dass das nur eine Besichtigungsgenehmigung war, aber das kann nicht sein, weil wir haben auch in diesem Genehmigungsverfahren Leitern beantragt. Die wurden uns zur Verfügung gestellt. Die Leitern wurden unaufgefordert von den Inspektoren aufgebaut. Die wussten, was wir machen. Und trotzdem hat man uns dann... Gut, wenn du auch sagst, du hast ja dann nochmal nachgefragt. Ist also der Umstand der Verprobung, den der Stefan ja vorher schon... Also das ist der Diebstahl, Paragraf 304, gemeinsamer Diebstahl, gemeinsame Beschädigung eines Kulturheiligtums 307, was wir uns alles angedichtet haben, unberechtigtes Außerlandes schaffen dieser Proben. Ich habe dann leider erst ein Jahr nach diesem Blowout, den Havas verursacht hat, einen Landesrichter aus Oberthüringen kennengelernt, der 14 Jahre lang der Chef des Senats der Strafkammer war. Der hat mir ein Gutachten geschrieben, kann sich jeder auf meiner Webseite herunterladen, abora.eu, was eben ganz klar sagt, diese ganzen Punkte sind nach deutschem Recht irrelevant. Gut, das ist dann die, naja, ich sag mal, der vorauseilende Gehorsam und die besondere Wichtigtuerei, die dann hier deutsche Justiz an den Tag legt in solchen Fällen. Aber das Ergebnis, das Ergebnis ist ja dann ganz offensichtlich etwas, was du hast vorhin bei dem Thema Datierung das schon angedeutet, was eben bestimmte, ja, Vorstellungen, die bislang unterrichtet werden, von denen man ausgegangen ist, über den Haufen wirft. Was habt ihr da an der Decke gefunden? Ja, das ist schon sowas, da muss ich mich immer am Kopf kratzen, dass mir das Schicksal treu war, um sowas zu erleben. Wenn man sich mit Forschung beschäftigt und als Schüler von Thor Heyerdahl groß geworden ist mit den Büchern, den Filmen, selber mit solchen Papyrusbooten um die Meere gefahren war, dass es uns möglich war, eine der Kardinalprobleme des Pyramidenbaus zu lösen, das ist ein göttliches Geschenk. Und als ich das erste Mal dort hochkletterte an die Decke, bevor ich mich mit Garber das letzte Mal auch für mich abgestimmt habe, ist mir in dem Schein meiner Kopflampe klar geworden, dass wir da wirklich vor einer Sensation stehen. Und ja, es sind eben alte Lehrtheorien, die aufgestellt wurden, nachdem Napoleon die Pyramiden mit der ersten europäischen wissenschaftlichen Expedition Ende des 18. Jahrhunderts analysiert hat, wo eben festgelegt wurde, das muss ein Grabtempel sein, Punkt. Ich will da gar nicht jetzt darauf eingehen. Dann kamen eben Lepsius und Flintners Petrie, die eben immer mehr mit modernen Wissenschaften dort eben auch gezeigt haben, dass da bestimmte Dinge extrem außergewöhnlich sind. Und dann wurde sich eben darauf geeinigt, dass diese Pyramide in die frühe Kupfer-Bronzezeit gehört. Also auch der grieche Herodot, auf den wir unbedingt noch zu sprechen kommen müssen, hat eben das so verortet. Und für mich gibt es auch wenig Zweifel daran, dass die Pyramide nicht älter als 4.500 Jahre ist. Also ich muss mich da ganz klar auf die Seite Herodot starten. Aber der entscheidende Punkt ist, es galt eben als sicher, dass diese Pyramiden am Beginn der Bronzezeit gebaut wurden, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass da ein paar Millionen Tonnen Hartgestein verbaut sind auf dem ganzen Gysi-Ploteau, was mit Kupfer und Bronze nicht zu bearbeiten ist. Und es war für uns die Überraschung schlechthin, als ich in der Decke dort die Reste von Eisenoxid fand. Und auch hier, muss ich sagen, haben mir die antiken Gelehrten eine Menge geholfen. Wir tun immer so, als sind die antiken Gelehrten dumme Leute, die eben irgendwie als Aberklaube und lächerlich sich da mit diesen Dingen beschäftigt haben. Angefangen von der Platosage über Atlantis bis eben hin zu Herodots Pyramidenbaubeschreibung, die übrigens die einzige Überlieferung aus dem Altertum ist, die wir haben. Und das ist für mich so ein Punkt, das ist so göttliche Inspiration, wo ich dort hochgucke und sehe, ey Gott, das ist Magnetit. Und Magnetit, muss man dazu sagen, wurde von Plinius dem Älteren ausführlich thematisiert. Das wurde schon im 6. Jahrhundert vor Christus beschrieben von Thales von Milet. Und Herod Plinius ist es, der uns eben genau diesen Schwarzglanz beschreibt. Und ich sehe das da oben an der Decke und denke, ey Gottes. Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn dort mit Eisen in der Pyramide, was auch immer, gearbeitet wurde? Zum Ersten bedeutet das, was Herodot überliefert, dass es richtig ist. Herodot überliefert eigentlich viele wichtige Dinge, die drei wichtigsten sind. Sie wurde ohne Rampen gebaut, von Stufe zu Stufe. Sie wurde mithilfe von einfachen, komplexen, aber effizienten Hebeapparaten, also er spricht von Apparaten, einfache Maschinen gebaut. Und die Präzision dieses Bauwerks kommt vor allem daher, weil man schon im Alten Reich mit Eisen gearbeitet hat. Das wird von den Archäologen im weitesten Sinne, nicht nur Ägyptologen, absolut vehement widersprochen, weil man eben sagt, dass es vor den Hethitern, also die Hethiter beginnen so 16. Jahrhundert vor Christus, vor rund 3600 Jahren, vorher gab es keine Nutzung von Eisen, wenn überhaupt war das primitives Meteoriteneisen, was vom Himmel fällt. Das kann man aber sehr schön analysieren, weil Meteoriteneisen enthält etwa 4 bis 6 Prozent Nickel. Und von solchem einfachen Meteoriteneisen gibt es viele Funde in Ägypten. Auch der Durch von Tutank Amun, den man im 13. Jahrhundert nachweisen kann, besteht aus solchem Meteoriteneisen. Und deswegen ist sich die Community Beinhardt-Schwirthi auf dieses Messer, vorher gab es kein Eisen und wenn, dann war es mit drittem Eisen. Und das, was ihr gefunden habt, ist aber ein bearbeitetes, irdisches Eisen. Und wir sind eben dank der Hilfe von zwei Eisenspezialisten und Geologen der Bergakademie Freiberg, bin ich sehr an die Hand genommen worden. Wie gesagt, ich bin Biologe, nicht so sehr Geologe, wo ich das im Nebenstudium studiert habe. Aber entscheidend ist, diese Entdeckung wirft eigentlich die gesamten Materialzeitalter zumindest für den nordostafrikanischen Raum über Bord. Eigentlich müsste man sagen, für die gesamte Antike. Obgleich wir eben auch nicht die Entdecker von Eisen sind. Es gibt andere Eisenentdecker wie Hill oder der amerikanische Archäologie-Professor Reisner, der an der Mycorinus-Pyramide 1908 schon einen Eisenklumpen gefunden hat. Aber hier stellt man das eben immer so, das sind Zufallsfunde. Das haben vielleicht die Römer und die Araber dort verloren. Wir haben aber dieses Eisen im originalen Verbau an 18 Stellen. Und das ist eben eine völlig neue Qualität im Nachweis dieses Edelmetalls. Und die wissenschaftliche Gemeinschaft hat auf diese Information reagiert mit? Ja, wir sind arme Irre, die verleitet wurden, da Unsinn zu erzählen. Und man stellt mich immer so hin, als würde ich mich mit meiner Entdeckung im luftleeren Raum, im Vakuum des Geistes befinden. Obwohl, wie gesagt, wir Geologen aus Potsdam, aus Freiberg haben, die sagen, die Eisenfüttung begann eigentlich schon im 5. Jahrtausend vor Christus. Es gibt ganz klare Funde. Fürs 3. Jahrtausend kann Pleiner, kann ich Ihnen nur empfehlen, mal zu lesen, Pleiner 2000, der weist über 22 Eisenfunde nach in Ägypten, von denen 6 verhüttet waren. Die Frage ist für mich, ich bin ja auch kein nur Super-Ägyptologe, warum lesen das die Wissenschaftler nicht? Es ist ja nicht schlimm, was nicht zu wissen. Schlimm ist, es zu ignorieren. Und diese Sachen sind seit Jahrzehnten veröffentlicht. So, dann kommt dieser ganze Skandal, der sogenannte. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal alles aufzubreiten. Und das Interessante, deswegen verbotene, unerwünschte Archäologie als unser Thema. Ihr habt mit dem Fund eine Datierungssystematik, zumindest in Frage gestellt, wenn nicht über den Haufen geschmissen, die liebgewonnen und überall schön verbreitet wurde. Und an sich, wenn man Wissenschaft begreift als den aktuellen Irrtum und insbesondere den Irrtum von heute, der dann morgen schon wieder revidiert sein kann oder revidiert werden wird, dann wäre es das Einfachste gewesen, auf dieses Thema von der Gewissenschaftsgemeinschaft einzusteigen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir anfangen mal, was bedeutet diese wissenschaftliche Sensation, wenn dort wirklich verhüttetes und verarbeitetes irdisches Eisen verwendet wurde. Ja, und das ist ja letzten Endes unser Problem schlechthin. Wir haben immer so dieses Dilemma, es ist vorhin schon angesprochen worden, wir leben immer so in unserer Blase der Selbsttäuschung. Das ist ein Bubble of Unselfdeception. Ja, wir sind die Besten, wir sind die Ersten, die das gemacht haben, wir fahren am schnellsten, wir fliegen am weitesten, wir segeln am höchsten oder was es alles für Superlative gibt. Aber das ist genau unser Problem. Es hilft uns, diese Art des Verhaltens hat uns hierher geführt in unserer Evolution, wo wir stehen. Weil wenn wir nicht so wären, wie wir wären, wären wir auch nicht so erfolgreich, wie wir erfolgreich sind. Nichtsdestotrotz kann uns das nicht hindern, diesen Denk- und Verhaltensapparat auch regelmäßig gut begründet in Frage zu stellen. Und der Schritt zur Seite ist eben kein Schritt zurück. Aber genau das ist, was man in solchen Situationen tun muss. dieses Problem in der Wissenschaft eben auch mal ideologiefrei, kritisch von der Seite zu betrachten. Und was ich eben für mich entscheidend herausgefunden habe in diesem ganzen Komplex-Cheops-Projekt, ist eigentlich nicht so sehr, wenn interessiert das, wie ein Pharao vor 5000 Jahren so ein Haus gebaut hat, sondern was ist die Relevanz davon? Was können wir davon heute lernen? Und für mich ist die entscheidende Frage, wenn das meiste stimmt, was uns Herrodot überliefert, warum sind die nicht schon vor 4500 Jahren in das Industriezeitalter gegangen? Was macht so eine Kultur, diese sogenannte Vierte Dynastie, eine Phase von etwa 150 Jahren, so unglaublich erfolgreich, wo man also der Sprung von der Dritten zur Vierten Dynastie bedeutet, als hätte Mercedes-Benz schon 1930 die S-Klasse erfunden, baut aber heute, 2013, äh 2016, ja, die einfachsten Mercedes-Apparate, die eben vor dem Zeitpunkt entstanden sind. Und dann bleibt das Ganze 150 Jahre am Leben, man kann das sehen, die ersten Pyramiden von Snuffro, dann kommt Cheops, sein Sohn Shefren, Mycorinus, und dann stürzt das wieder vor über 4000 Jahren dieselbe Bedeutungslosigkeit, bis wir schlauen Kerlchen am Ende der Neuzeit oder am Beginn der Neuzeit kommen und das eben mühsam wieder zurückerfinden. Du hast einen sehr schönen Satz gerade, so fast ein bisschen nebenbei, die Entwicklung oder die Art und Weise, wie wir sind, hat uns dahin geführt, wo wir jetzt stehen. Das ist einerseits natürlich im Positiven, auf der anderen Seite ist aber auch genau dieses Verhalten, was du beschreibst, das, was uns dahin geführt hat, in diese Ignoranz und in diese fehlende und mangelnde Demut. Und damit sind wir bei deinem zweiten Thema, den kulturellen, den technischen, technologischen Leistungen vergangener Völker, Kulturen gegenüber. Denn diese Hybris, die wir heute mit unserer sogenannten Zivilisation an den Tag legen, die beißt sich damit zu erkennen, dass die, und das war Gegenstand deiner Promotion, dass die in der Lage gewesen sind, Schiffskontakte zu organisieren und durchzuführen, die an und für sich uns heute erst seit einer relativ kurzen Zeit ermöglicht sind. Das ist ja genau der Punkt, ich bin da nicht dazu gekommen, ich bin dazu unterbrochen worden. Es ist eben die große Frage, welche innermenschlichen Faktoren treten zu Tage, wenn diese Spezies Raub auf den Mensch ein bestimmtes technisches, kulturelles und Wohlstandsniveau erreicht hat. Ein sehr guter Freund von mir hat gesagt, wir leben so seit 400.000 Jahren auf dem Planeten, alle 10.000 Jahre verheddern wir uns dermaßen, dass wir den Zopf wieder abschneiden müssen und müssen von vorne anfangen zu flechten. Und genau hierin liegt unser Problem. Wir müssen endlich, dieses alte Zitat, erkenne dich selbst, das haben wir eben noch nicht getan. Weil, was, ja, das ist, ich denke, das ist uns allen klar. Was ist es, was zu diesen, ob es die Chinesen, die Babyloner, die Ägypter, die Mayas, wir können, ich will es nicht Deutschlands sagen, sondern alle diese Kulturen, die in diesen Reihen Kultur reingestellt haben, was sind diese zivilisationsstimulierenden Effekte, was ist Innovation, was ist Tradition und was macht die Kulturen kaputt. Und es ist eben nicht der viel gepriesene Klimawandel, der Mangel an Rohstoffen oder Technologien oder Wissen. Nein, es ist das schlichte Fehlverhalten, insbesondere der herrschenden Klassen. Wir können es in allen großen Kulturen, nicht nur an den Ägyptern, auch an den Chinesen darlegen, die machen die schlimmsten Fehler, wenn es ihnen am besten geht. Das ist unser Problem. Und solange wir dieses Dilemma nicht offenlegen und eben auch wirklich mal auf den Tisch bringen und sagen, Leute, wir sind so clever, wir haben so viele wunderschöne Dinge erfunden, dass wir eben telefonieren können, skypen können, mit dem Flugzeug in sechs Stunden nach Amerika fliegen können usw. Das sind wunderschöne Errungenschaften. Aber auf der anderen Seite, was bremst uns? Und ich sage das immer auch in Vorträgen, wir haben in den Wissenschaften kein Erkenntnisdefizit. Jede zwei Monate multipliziert sich unser Wissen. Wir sind Jahrtausende oder wenigstens Jahrzehnte in unseren wissenschaftlichen Technologien, dem gesellschaftlichen Sein voraus. Was wir haben, ist ein Anwendungsdefizit mit unserem Wissen. Und da müssen wir endlich mal anfangen. Wir können doch nicht mit Technologien des 19. Jahrhunderts, sie Energiewende mit Windrädern unser Land versorgen. Sorry. Die haben wir vor 200 Jahren abgebaut. Wir reden heute über freie Energie, über, was weiß ich für Energieformen, ich bin kein Physiker, aber wir reden über Nanotechnologie, Nanophysik, Diffusionscomputer usw. Und wir wenden an, Technologien der Mechanik. Da wächst mir ein Strauß Federn, da kriege ich Hörnsaus. Die alten Ägypter hätten sich totgelacht über uns. Lass uns zu dem zweiten Thema schnell noch kommen, weil es nämlich ein ähnliches Beispiel ist, der Frage nachzugehen, können sich Kulturpflanzen ohne Unterstützung des Menschen beliebig verbreiten? Oder ist es so, dass es den Menschen und damit natürlich auch dessen Schiffe Bedarf bedurft hatte, als eine solche Verbreitung stattfand? Und das ist dann das, was du in der DISS untersucht hast und nachgewiesen hast. Und da bist du natürlich dann der klassische in den Fußstapfen des großen Tohaya-Dal gelaufen und hineingewachsen, auch muss man in der Tat sagen, um die Dinge dann auch experimentell zu überprüfen. Und da bist du jetzt wieder dran, dass das weitergeht, dieses Thema, mit deinen Fahrten mit Abora und nachweisen kannst, dass es eben solche Verbindungen und solche Schiffstouren gegeben haben muss. Ja, also ich nutze diese Verschleppung der Arten als Werkzeug ein, um also diese anthropologische große Frage Diffus-Diffus-Zynismus versus Isolationismus ein für alle Male zu beantworten. Ein amerikanischer Kulturpflanzenforscher hat mir so schön gesagt, eine Pfeilspitze kann jeder nah erfinden oder auch eine Pyramide, eine Pflanze macht aber Gott oder die Evolution. Wenn es möglich ist, die Verbreitung einer einzigen Kulturpflanze auf das Konto des Menschen zu übertragen, Dann hat sich diese Frage mit Kolumbus oder eben nicht Kolumbus ein für alle Male geklärt und ich kann Ihnen nur sagen, wie wir in anderen Themen schon gehört haben, wir werden hier so vereimert, es gibt also seit hunderten von Jahren schon Beschreibungen über solche Pflanzenphänomene, ein ganz großer amerikanischer Pflanzengeograf, die haben also in Amerika auch gute Wissenschaftler, so ist es nicht, hat mal schon vor 50 Jahren zusammengetragen, Karl O. Sauer, wie bestimmte Kulturpflanzen wie die afrikanische Baumwolle, der Flaschenkürbis, vor Jahrtausenden vor uns da rübergekommen war. Ich habe im Zuge meiner Promotion mit englischen Genetikern zusammengearbeitet, die eben herausgefunden haben, völlig parallel zu meinen Studien, aber wir haben am Ende das übereinandergelegt, unsere Trefftresultate und die ihre Single-Nukleotid-Polymorphismen, dass die Kürbisse vor über 10.000 Jahren, wahrscheinlich schon vor 13.000 Jahren, voll domestiziert aus Afrika nach Amerika übertragen wurden. Entschuldigung. Die sind einfach rübergerollt. Und das war eigentlich der Initialpunkt, die Geburtsstunde von Aborha war, als ich als grüner Student 1989 zu meiner Botanikprofessorin ging, ich bin ja heute mit ihr ganz eng befreundet, liebe Dr. Helga Dietrich, Frau Dietrich, Frau Dr. Dietrich, wie kann das sein, dass diese Kürbisse so früh in Amerika auftragen? Sagte sie, ich bin nur Botaniker, da musst du zum Archäologen gehen. Der liebe Görlitz, als Student im ersten Semester geht zum Professor Uelzner aus Leipzig, Herr Professor, wie kommen die Kürbisse nach Amerika? Ich bin nur Archäologe, wenn du es wissen willst, geh zum Ethnologen. Da bin ich dann zum Ethnologischen Institut der Universität Jena gegangen und der hat mich dann zurück zum Botaniker geschickt. Nachdem ich diese Runde rum hatte, da habe ich dann gesagt, wisst ihr was, küttern mich alle mal am Dommertrommel. Jetzt baue ich solche Schiffe selber, hänge die Kürbisse hinten ran und messe mit der Uhr, wann die ihre Keimfähigkeit verlieren. Tabakpflanzen und Mais und ähnliche Sachen natürlich genauso. Und auf die Art und Weise einfach den Nachweis, experimentelle Archive... Erstmal kein Nachweis, das ist falsch. Es geht erstmal darum, Fakten zu sammeln. Wie hat Sherlock Holmes gesagt, es wäre ein furchtbarer Fehler, irgendwelche Theorien aufzustellen, ohne die geringsten Fakten zu haben. Wir haben keine Fakten, also diese sogenannten Professoren, Spezialisten hatten keine Fakten, sondern nur konsistente Erklärungsmodelle, Theorien. Und mir ging es eigentlich darum, erstmal keine Theorien, keine Erklärungen, lasst uns erstmal mit der Stoppuhr zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Ja. Entschuldigung. Messen, wie lange schwimmt das Zeug, übrigens auch Papyrusboote, wie lange schwimmen die, wie lange segeln die, was können die mittransportieren. Und danach im Labor erstmal das auszuzüchten, zu schauen, um im Titer zu erwirken, wie lange schafft es eben eine solche aus der Natur heraus gezüchtete Pflanze. Und wenn ich das im Mittelmaß nehme, nicht länger als 100 Tage, im höchsten Fall 200 Tage. Wir wissen aber durch die vielen Experimente, die gemacht werden, so ein Driftbojen brauchen etwa 400 Tage im Mittel, vom nördlichen Afrika bis nach Amerika zu driften. In der Zeit ist das Zeug untergegangen, von Haien gefressen und von anderen Meeresorganismen. Es kann so nicht funktioniert haben. Der Weg, den du beschritten hast, im Sinne einer experimentellen Archäologie, stünde ja theoretisch, wenn wir nicht diese Scheuklappen-Experten hätten, auch der klassischen Wissenschaft offen. Also an sich ist das ja nichts, was irgendwie anrüchig ist, zu sagen, ich probiere es einfach mal aus. Ich teste etwas, sammle auf die Art und Weise Fakten. Das ist ja nichts, was irgendwie verboten ist. Nein, insofern kann man ja auch nicht von verbotener Wissenschaft sprechen. Aber durfte ich es ja machen. Und ich hatte ja auch von, das ist eben immer unsere Dichotur mit Denkweise. Das, also alles oder nichts, funktioniert das auch in der akademischen Welt nicht. Es gibt durchaus Institute, das IPK Gartersleben hat mich fast zwei Jahrzehnte unterstützt. Und mittlerweile unterstützt mich das Institut für Kartografie, wo ich all das anwenden darf. Also es gibt sehr wohl Wissenschaftler, die völlig offen sind, die genau so wissen wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das ist eigentlich, wo es hingehen muss. Wir müssen die Brücken bauen, die Menschen einladen, mitnehmen und nicht sagen, du hattest Jahrzehnte Unrecht. Und zu sagen, guck doch mal, schau dir das doch mal an, versuch doch mal einen neuen Blick drauf zu werfen. Und da gibt es auch in unserem akademischen Wissenschaftsbetrieb viele Männer und Frauen, die mir Gott sei Dank, nicht mir, sondern der Wissenschaft im Dienst erweisen. Du hast das Thema Kartografie. Das wäre jetzt auch nochmal ein Punkt, weil das nämlich der nächste Bereich ist, in dem, ja, ich sag mal, Artefakte, Dokumente, Karten, Globen vorliegen, die das Wissen der Zeit, aus der sie stammen, gar nicht haben transportieren können, nach unserem heutigen Verständnis. Was handelt es sich da? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin gebürtiger Gotha, komme eigentlich aus der Stadt der neuzeitlichen Kartografie schlechthin, bin aber Biologe, habe mich mit Kartografie bis 2007 nicht beschäftigt, bis mir mein guter Freund, Vereinsmitglied Gunter Lenzer, alle Bücher über Kartografiegeschichte ohne mein Wissen in meinen Rucksack gesteckt hatte. Ich hatte bei Arbora 3 so viel Stress, dass ich nicht mal meine Klamotten selber gepackt habe. Das hat der liebe Gunter gemacht. Und ich habe auf dem Atlantik, das ist das Wundervolle, wenn Sie mit so einem Papyrusboot über den Ozean fahren, Sie haben kein Handy, kein Telefon, was klingelt, Sie haben endlich mal Zeit. Kein Fernsehen. Ich habe 2007 das erste Mal ein Buch über Piri Reis gelesen. Obwohl der mir und viele andere Kartografiefreunde, auch aus Freiberg, du musst dich mit diesen Karten beschäftigen. Ich sage, ich habe keine Zeit, nächstes Jahr. Und 2007 war es soweit, da habe ich auf dem Ozean alles gelesen, was es da gab. Und da war mir klar, um Himmels Gottes Willen, wie kannst du nur so arrogant gewesen sein, zu glauben, dass diese bunten, schönen Bildchen aus dem 16. Jahrhundert Fantasy-Kartografie darstellen, was ich bis dato irgendwie gedacht hatte. Ich hatte ja schon mal was von Charles Hebkert gehört und Piri Reis. Natürlich kannte ich das, aber für mich war das immer so ein bisschen... Was hat er denn gezeichnet? Piri Reis, was ist das Bemerkenswerte an seiner Karte? Also Piri Reis wird ja von fast allen, die sich damit beschäftigen, genannt. Aber die meisten verstehen es nicht, weil es geht gar nicht um die Karte selber, die ist so ungenau, damit würden sie nie in Amerika, da würdest du nie mit Amerika ankommen. Was das Besondere der Piri Reis-Karte ist, dass er als hochgebildeter Muslime, türkischer Admiral, 18 antike Karten zitiert, aus denen er das Wissen herausgenommen haben will. Und das wird von allen Karten, oder sagen wir mal, von allen Historikern überlesen. Er schreibt, ich, Piri Reis, Admiral der türkischen Mevi, habe diese Küsten unter Verwendung von 20 antiken Karten, denen er Eigennamen gibt, beschrieben. Und das ist einfach mein Erwachungsmoment gewesen, dass ich begreifen durfte, ey Gott, das passiert ja tatsächlich auf überliefertem Wissen. Und mir wurde immer so suggeriert von dem Fernsehen und von wissenschaftlichen Dokumentationen, dass das alles Gespinne ist. Und da ist mir klar geworden, ey Gott, ich habe da eine weitere Daube gefunden in diesem Fass, was auseinanderfällt, dass das möglicherweise, wenn man das mal akademisch überprüft, alles ganz anders erhoben ist. Und das ist eigentlich das Besondere an der Kartografie-Geschichte. Wir haben Karten, die sind ungefähr 500 Jahre alt, die zeigen die Antarktis-Küsten getreu. Da finden Sie Ross Island in der Mitte der Rossbeel, da finden Sie Buchten, die erst 500 Jahre später entdeckt wurden. Mein Professor, den ich schon lüblich erwähnt habe, der hat mit dem Alfred-Wegner-Institut und der Universität Potsdam 2013 die modernste und heute akkurateste Antarktis-Karte geschaffen. Wir sehen auf 500 Jahre alten Karten das fast genauso. Wer bitte schön könnte vor 500 Jahren, mit welcher Technologie, mit welcher Motivation, mit welchem Instrumentarium diese Messpunkte, wir reden hier über Geodata, Länge, Höhe, Breite, das georeferenziert auf eine zweidimensionale Abbildung bringen. Das ist undenkbar mit dem heutigen Geschichtsbild. Das geht nicht. Und du hast ja, wenn du jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehst, beispielsweise beim Thema Grönland, eine Darstellung, die aufgrund des Eises heute gar nicht mehr möglich ist. Ja, es ist nicht so sehr Grönland, es ist mehr die Antarktis. Okay, okay. Und das ist eben letzten Endes unser Problem, was ich schon sagte, Bubble of Self-Deception. Wir leben in der Selbsttäuschung, dass wir so schlau sind und wir die Supermonkeys auf der Spitze der Pyramide und die mit dem akademischen Lehrbuch winken, wir hätten das Wissen erfunden. Das kann nicht sein, weil diese Karten zeigen eben so getreu bestimmte Küstenbereiche in und an der Antarktis, wo man auch ablesen kann, dass die Küsten partiell abgetaut waren. Man sieht aber sehr schön in diesen Kartensystemen, wen es interessiert, Johannes Schöner hat die besten Karten mitgezeichnet und andere, Phineus, Orienteus, die eben die Antarktis so spezifisch zeigen, aber wo man sieht, dass das Ding auch vereist war. Und man muss sich eben da mit Klimageschichte transinterdisziplinär beschäftigen. Die Antarktis ist geologisch gesehen erst vorgestern vereist, also vor rund 20 Millionen Jahren. Und wir wissen, durch Eisbohrkerne, die ist in den letzten 18 Millionen Jahren dreimal komplett fast abgetaut. Und das letzte Abtauen war von... Immer dieses CO2. Nee, ach ja, das ist ja... Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ich weiß schon, die Maschinen der Antike haben das schon produziert. Ein Satz noch, weil wir ein bisschen auf die Zeit gucken müssen, zur Astroarchäologie. Auch da ist es ja spannend, was für ein Wissen, auch was für ein Navigationswissen zur Verfügung stand. Und ganz offensichtlich, dass nicht nur irgendwelche bunten Sternchen am Himmel waren, sondern das Ganze eine ganz andere Systematik hatte. Ja, du sprichst hier auf die Sternenkarten von meinem Freund und Kollegen Dr. Kai Helge Wirth an und hin. Ja, das ist ja... Ich meine, wer Kürbisse voll domestiziert, von einem Kontinent zum anderen fährt, im Austausch Mais, Coca, Ananas mitbringt, der muss sich auf dem Meer orientieren können. Und das ist ja, was man als Segler lernt. Es gibt zwei wichtige Probleme eigentlich zu überleben. Das erste ist, einen fahrbaren Untersatz zu haben, der lange genug schwimmt und bei Sturm nicht untergeht. Und das zweite ist die Orientierung auf See. In dieser Epoche, und hier geht es vor allem darum, dass die Forschungen zeigen, dass Teile des Tierkreises, dass nicht der gesamte Tierkreis paleolithisch ist, also am Ende der letzten Steinzeit vor rund 12.000, 13.000 Jahren gezeichnet worden sein könnte. Ich sage es nicht müsste, aber könnte. Das ist eben, für mich ist es kein Wunder, wer Kürbisse voll domestiziert darüber fährt, der sucht sich Netzwerkkarten. Unser Gehirn ist quasi zu prädestiniert, Orientierungspunkte zu suchen. Und die Sternbilder, der ganze Himmelskorpus ist ein GPS-System. Es ist so einfach, danach zu navigieren. Eigentlich reicht nur der Polarstern, um sicher hin und wieder zurückzukommen. Mit den Erfolgen der paleolithischen Seefahrer haben die gelernt, bestimmte Strömungsmuster zu erkennen, später zu memorieren. Logischerweise suche ich mir dann bestimmte Punktelinien, die mir helfen, in bestimmten Jahreszeiten dann meine Orte wiederzufinden, sich zu orientieren, sich zu bewegen, sind typische Verhaltenseigenschaften des Homo sapiens. Er ist eine Wanderspezies und hat natürlich auch ohne Technik gelernt, Naturzeichen zu lesen, Naturzeichen zu deuten und sie für seine Lebenszwecke einzusetzen. Punkt. Letzte Frage, die neue Arbora-Mission, eigentlich sogar zwei. Was steht da jetzt aktuell an? Zuerst Sponsoren zu finden. Ja, nur Manni, nur Hanne. Und ich muss sagen, der Skandal hat mir mehrere Großsponsoren gekostet. Er hat übrigens auch wissenschaftlich mir extremst geschadet. Also ich bin erst mal für die nächsten Jahre, man sagt es akademisch verbrannt, das muss ich einfach so sagen. Mein Habill-Antrag ist abgelehnt worden. Das ist jetzt nicht ein Todesurteil für mich, aber ich sage mal, es tut schon weh, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt hat. Aber viel schlimmer ist eben, dass selbstgestandene deutsche Unternehmen, wo sollen sie es auch herwissen, bei dieser Diffamierung in der Presse sagen, mit dem Spinner wollen wir nichts zu tun haben. Also such dir in Russland oder in China irgendwelche Sponsoren. Und das macht es extrem schwer, über künftige Arbora-Projekte zu sprechen. Aber ich sage einfach mal, das Unerforschliche zu verehren und das Erforschliche erforscht zu haben, wie es Goethe so schön gesagt hat, steckt in mir drin. Und ich habe es dreimal geschafft, die Sponsoren zu finden. Und aus dem Aktualismusprinzip der Naturwissenschaften heraus, finde ich es auch. Und inhaltlich geht es worum? Ja, inhaltlich, ja, das ist... Nein, also, natürlich treibt mich das an. Also ich will das, weil ich mir die Frage stelle, mir geht es nicht darum, einem in irgendeinem Kämmerchen eingesperrten Wissenschaftler zu überzeugen. Die Betonkopf-Fraktion kann man nicht überzeugen. Die Betonkopf-Fraktion muss eingeladen, motiviert, begeistert werden, mal aus dem Kämmerchen herauszutreten. Und das kriegt man eben nicht hin, indem man die beballert oder die überzeugen will, sondern man muss sie mit denen das vorleben. Und natürlich, wie es mein Vorredner schon gesagt hat, es sind wir alle, wie sie hier sitzen, wie ihr hier sitzt. Ihr seid es letzten Endes, die den Druck nach oben bringen, dass eben auch mal, ich will jetzt gar nicht die Ägyptologen ansprechen, sondern Menschen, die so sehr zweifeln, dass die antiken Menschen dumme Leute waren, was sie definitiv nicht waren, die eben nicht glauben, dass sie Eisen hatten, dass sie gegen den Wind segeln konnten, was ja heuer da als großes Problem war. Ihr seid es, die ihnen das miterzählen durft. Und dann glaubt man eben vielleicht auch irgendwann mal so einen Spinner, Dr. Görlitz. Und du wirst mit dem, mit dem, das, was ihr abgebrochen habt, da werdet ihr nochmal anknüpfen und werdet dann nochmal den Weg mit Abora antreten. Also ob Abora 4 tatsächlich nun meinen langersehnten Atlantischen Ozean nochmal überquert, eigentlich ist es aus wissenschaftlicher Sicht nicht nochmal wichtig, eine Abora 4 auf dem Atlantik zu segeln. Abora 3 hat 4.400 Kilometer überwunden und das unter den ungünstigsten Umständen. Aber worüber keiner redet, auch nicht das ZDF, ist der Punkt, dass das Hauptziel unserer Expedition funktioniert hat. Uns ging es nicht darum, vor allem nach Spanien zu segeln, was immer so dargestellt wird. Das Hauptziel war zu zeigen, dass ein primitiver Raasegler aus der Steinzeit dem Golfstrom folgen kann, der an seinen Rändern riesige Wirbelsysteme hat. Und das wurde gar nicht thematisiert, dass wir drei dieser riesigen Eddies erfolgreich durchfahren haben. Klar ist natürlich Action, wenn fast auf der Position der Titanic auch unser Heck abbricht. Wir sind aber nochmal 400 Kilometer weiter gesegelt als die Titanic. Und das ist natürlich toll. Ja klar, das interessiert die Medien. Klar. Aber für mich als Wissenschaftler, eine Abora 4 wird es mit Sicherheit schaffen, weil wir mit dem Wissen, was wir heute haben. Aber es gibt so viel spannendere Sachen und Hayerdal hat Gott sei Dank immer nur 50 Prozent gesegelt. Der hat mit Ra nur den halben Atlantik gesegelt, mit Tigris nur den halben Indischen Ozean und mit Kontiki nur den halben Pazifik. Das lässt mir so viel Spielwiese noch übrig. Viel Erfolg und vielen Dank. Dankeschön.